IGLO präsentiert Spaß beim Essen mit Fischstäbchen und Erbsen. Essen ist fertig. Endlich. Soda für die Mama. Wo ist mein Handy? Ehm, Tisch, bitte keine Handy. Magst du jetzt noch ein Stäbchen? Darf ich mit dem Finger essen? Die Erbsen. Warum willst du mit dem Finger essen? Ich hab einfach gerade so... Schmeckt's dann besser? Nein. Aber es ist lustiger. Kann ich auch rülpsen? Darfst du das normalerweise, wenn du mit uns am Tisch sitzt? Du Fischstäbchen-Dieb. Iglo ist was gescheitzt.